Scheiße! Scheiße! Nein! 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 Fuck! So kurz vorm Ziel! Oh nein! Ciao! So geht's! Ah, mit Platin ist das aber nichts geworden! Doof! Obwohl das eigentlich gar nicht mehr so schlecht gefahren war. Ich weiß nicht, ob ich da noch 5 oder 6 Sekunden rausholen soll. Fast unmöglich! Egal! Erstmal geschafft! Gegenverkehr, oh nö. Ach ne. Ja, ja. La, 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 la. Irgendwas Besonderes hier? Nein. Tja, tja, tja. Hm. Deutlich mehr PS. Schnee mal den hier. Oh, das ist noch ein gutes Bild vom Auto. Das sieht aus der Ferne aus wie ein Gumpad oder so ein Bumpad Alpollo. Ist das einer? Das ist doch einer. Nee, Quatsch, Lamborghini. Da war komisch aus. Ah, fuck. Ich dachte, ich kann nur einen lenken. Ah ja, passiert, was soll's. Das war jetzt aber keine Absicht. Aber geil. Das hat dem viel, viel Zeit gekostet. Ich seh ja die Uhr oben links oder der Tacho da. Geil. Müssen wir jetzt auskosten. Hier geht's. Ach ja, zu ruhig hier geworden. Ja, der holt ganz langsam auf. Ah, wirklich schon ganz langsam. Wow! Nein! Nein! Das lief doch so gut, verdammt nochmal! Egal, Platin haben wir. Jawohl, 300 XP, 545 XP und 150. Loverwecker. Eia. Die Cops haben Straßenspanen errichtet, um dich zu stoppen. Durchbrich sie und mach dich davon. Aber nur allzu gerne. Och, jetzt kann ich den Renault mal wieder... Warte nochmal. 351 kmh? Geil, nehmen wir. War der echt so schnell, auch damals? 1,52. Schauen wir mal, gucken wir mal, was so passiert. Und ich hab irgendwie Hunger. Okay, risikobereiter Fahrer in Richtung Stadt der Verfolgung. Ja, ja, mach dir mal. Ja, ja, mach dir mal. Ich hoffe mal, ihr geht nicht davon aus, dass ich anhalte. Wer hat sich verdrückt? Arbeiter in Sichtkontakt. Letzte Meldung negativ, jetzt auf der Straße. Code 3. Ja, klar, bin ich auf der Straße. Ach, shit. Wo soll ich denn sonst sein? Huch. Die Straße wäre negativ. Verfolgung, fahrze. Ach, scheiße. Ich dachte, ich komme da durch. Muss ich jetzt Slalom fahren, wahrscheinlich. Ich glaube, ich bin da nicht. Er ist aber vorbei. Alle einen Händen zur Folge, starten. Er hat die Sperre ausgefext. Kurz rein, kurz rein. Jo. Geht euch 10,73 aus. Bleibt dran, bleibt dran. Verdächtiger, außer Sicht. Update folgt. Doch, sechs mit Ärger. Ich versuche was anderes. Sie wieder in Sicht. Code 6,000 ist auf der Schuhe. Er fährt weiter. Er macht sich davon. Ich sehe sie. Er hat keine Kontrolle mehr. Ich habe mehr Kontrolle, als ihr denkt. So. Das sieht nach Platin aus. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Ach shit. Nein, 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 nein. Geil. Nee, Reset. Auf die 50 XP kommt es auch nicht mehr an. Das hat Zeit gekostet. Nein, das machen wir nochmal. Das wird nämlich auf den Platin hinauslaufen. Letzter Versuch. Jaa-woll. Platin. Dann schaffe ich es sogar noch in der Aufnahme-Session jetzt, Fahrrad-Level 15 zu erreichen. Schön! Was sagt eigentlich die Uhr? Wo ist sie denn? Huch! Viertel vor eins! Wann habe ich angefangen? Um neun. Das sind fast vier Stunden. Ach du Scheiße! Natürlich lila. Das sieht so schön aus. 2,27. Schaffen wir. Hoffe ich mal. Oh. Oh. Man sollte auch lenken. Alter, wie fährt der denn auf einmal? Jaa, kloppt euch mal da vorne. Ich halte mich da mal raus. Nein! Allgemein! Jaa, da war knüpflich hier. Alles gerne? verkehr ach schon, fahr woanders lang soo, Führung Kontrollpunkt, vier Kilometer noch spreche DAN 123 8 20 40 41 43 43 41 Fcourse